So Freunde, da bin ich wieder und jetzt hört ihr das AKG Perception 200, das alte blaue Modell, eines meiner Lieblingsmikrofone, warum auch immer, bei mir hat es immer gepasst, ich finde es vom Klang her gut, die neuen Modelle hatte ich auch schon da, aber ich hatte die neuen P-Modelle 220, 420, davor die blauen Modelle und also es gibt eine erste Version von den blauen Modellen, Perception 200, dann Perception 220 und dann P220, also es geht zweimal blau und dann schwarz, aber die P200er und P400er Reihe gefällt mir am besten, ist halt alles Geschmackssache. Meine Stimme unbearbeitet hier am iPad im Cubasis ins Steinberg UR12 und jetzt hört ihr gleich nach diesem Teil nochmal meine Stimme bearbeitet, bis gleich. So Freunde, jetzt hört ihr meine Stimme wieder bearbeitet mit einem EQ, mit einem Kompressor und ein bisschen Distortion drauf, damit die Stimme ein bisschen kratziger klingt und ein bisschen radioeffektmäßiger rüberkommt. Dies ist der Klang, Geschmackssache, mir gefällt es sehr gut und ich halte das AKG Perception 200, dieses alte Modell, für eins der, sag ich mal, besten Perception Modelle. Die neuen hatte ich da, habe ich ja eben schon erwähnt, aber das gefällt mir immer noch am besten und es passt auch am besten, wenn ich Songs mache, passt es am besten hinein. Okay, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank!